Ah, 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 oh je, Mini, abedi, 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 nein, nicht, hallo, Schwester, war ich das etwa? Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit Sven Plate. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Hallo, hallo. Wir spielen Wer würde eher. Los geht's. Wer würde eher einem Kind das Eis klauen? Wer würde eher ein Nutella-Brot mit Käse überbacken? Eine Karriere am Ballermann starten. Sich im Urlaub als jemand anderes ausgeben. Länger und besser in Reimen sprechen können. Den ersten Hochzeitstag vergessen. Einen Überraschungsurlaub planen. Auf der eigenen Hochzeit einschlafen. Mehr Geld für Schuhe ausgeben. Stundenlang im Badezimmer brauchen. In einem Dance-Battle gewinnen. Nach der Hochzeit zunehmen. Eine Woche lang dieselben Klamotten tragen. Sorry. Auf eine Schlagerparty gehen. Socken mit Sandalen anziehen. Eine Woche ohne Handy aushalten. Einen anderen Promi heiraten. Später Bundeskanzler werden. Ach du. Gottes Willen. Einen Bungee-Jump-Wagen. Oh, nee. Ein Glas Gurkenwasser trinken. Einen siebentägigen Party-Marathon überstehen. Siebentägigen? Party-Marathon. Was ist denn im Alterbein raus? Durch die Führerscheinprüfung fliegen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Lass uns mal überraschen, wa? Bis zum nächsten Mal. Ja. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Yahoo. . Untertitelung des ZDF, 2020